Du kannst eigentlich auch von da oben aus runterjumpen, oder? Das ist eine persönliche Meinung zwischen uns beiden. Der schießt halt durch die Wand, scheiß Hacker. Luftschleuse. Luftschleuse. Trotzdem, dass die Dinger dir Luft geben, scheinst du durch die langsame, äh, auch schneller Luft zu verlieren. So, wo kann ich durch? Direkt oben durch. Wie meinst du das? Hier? Ja, doch. Doin. Ich muss auch direkt, ich wusste grad nicht mehr. Haha, guck mal an die Karte. Schon praktisch, das hat er mir gesagt, das jumpt direkt runter. Ja, lass sie. Komm, abräumen. Kann ich dich einmal damit flüchten? Nein. Hm. Ja, ich wusste was. Hm? Da ist das. Da ist das. Ich hab's ja auch dort zu retten. Gerade merke. Also XP wären schon geil. Ne, jetzt sagst du, ich hab da nie dafür. Ich farm noch ein paar XP. In dem Moment wo ich schieße, bückt er sich. Ist klar. Ja. Na, komm mal drauf, wie's zu, seit ich mich bücken. Aber ich mach's trotzdem. Hm. Das war ja lame. Muss das Ding da aktivieren an der Seite erst? Ne. Da ist man so einen schnelleren Wegpunkt dort hin. ın ne. Mö Let's talk. Ich propre. Och, scheiße. Ja. Jagraube St flourim hast du konsumt hier rum? Hey hey, hab ich sicher mü oder Abstuf? Ich kann nicht erreichen. throat Ich kann nicht sagen. Die kleine Pizzleswaffe hier, die hat es voll drauf. Ja, so schnell wie du die Maustaste kloppen kannst. Klopp, klopp, klopp. Klopp auf. Einfach durch. Oder um uns hier. Ich hab die Wachen bestaucht. Spazier also einfach durch die Security. Komm dann zu mir, wenn ich per Schnellreise ankomme. Come on, go, shake the ice to bed. Naja, später. Oh, hallo. Bullets. Kach, kach. Krass, ich hab echt viel geschossen damit. Und du bist wieder pleiter. Jop. Naja, egal. Dafür haben wir Munition ohne Ende. So. Dann geben wir die Queste, glaube ich, ab. Und dann war's das. Trifft Jack in Concordia. Hat er es echt geschafft hierher? Nöt. Aber dafür, dass er... Paraifически muss ich doch mal trinken. Nachedig. Warte mal. Wir sind ja nett, ne? Wir wollen den Tod ja... Schmerz frei lassen. Der Lift ist immer noch gesperrt, na großartig. So, nach dem Geruch würde ich dann sagen, dass der Part für das erste beendet. Und dann ist Miss Jürgen. Ich finde, ach die ist immer noch nicht fertig, aber was? Okay, dann finde ich den halt auch noch eben. Ich weiß gar nicht wie die Suche. Den da. Ja, den Kopf. Ne Zölder. Aufmachen, Polizei. Hi. Dieter, ich soll mit dir sprechen. Noch nicht verschlechter als Jack. Kein Wunder. Ja. Gerufen. Lange lebe der. Puh, Mann, später. Entspannend. Sie wissen, dass die Schabotts nicht für so etwas programmiert sind. Serena. Der rastet ja voll raus. Du weißt der Handy . Und dann doch jetzt selber. Gehts скорstee." Puh, halt mich denreiben Mal. Puh, hib. Puh, nach verdad? herum ist sehr genau so schnell dieser freigelder ihr müsst wirst kille mit der waffe das Ich mach das noch mal. Jaja, das klinge Kopfschuss. Büro des Arschlochs. Ja, ist in Ordnung. Warum benutze ich eigentlich die dafür? Weil es doch hier unser schönes Flugstücker ist. Es geht in Richtung auf den Borderlands Film in Produktion. Ja? Warte mal, wer Hauptperson sein soll. Dich. Platt-trap. Bunt. Let's off. Okay. Oh, gut, was geht das wohl? Oh, gut, 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 gut. Ach, jetzt sind die Iren wieder da, ne? Jetzt sind die ausgebrochen. Let's go. 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 Oh, bad ass. Okay. Wir wissen ja, wir haben mit diesem Bad Assis umgehen müssen. Tast. Oh, man sollte auch treffen. Boah, krass. Wieder nicht outplayed, man. Da flägt ja gut aus. Hallo. Na, Entschuldigung. Ja, die läuft nicht schlecht. Ich bin schon weg. Ja, genau, ich bin schon weg. Ich finde es ja schon krass, wie viele Waffeln es in Borderlands gibt. Und in jedem Teil gibt es fast genau so viele Neuer. So ein Vorteil. Mal, wo ist unser kleines Sub-Machine-Gergen? Ach da. Stelle den Spastik zur Rede. Ich glaube, ist der Begriff ein ganz normaler Mensch? Gut? Ja. Gut, dann... Autsch. Vielleicht muss der sich irgendwie so verwandeln. Mach das Ding noch auf. Oh, der Kleine hat sich geopfert. Warum sind sie bei uns nicht? Jacky. Jacky. Du hättest sagen sollen, dass du hier bist. Embarrassed. Oh, cool. Lass mal kacken gehen. Ja, war sauber. Was machst du jetzt mit mir? Eben war schon überbewertet. Ah, okay. Mal locken. Oh, da wollte ich schießen, oder? Oh. Oh. Das war beleben. Okay. Ja. Aber ich habe gar keine Dinge bekommen. Die Quest ist ja immer noch da. Stelle den Begriff zur Rede. Was passiert hier? Ich drücke. Alter, wie lange geht denn die Quest? Bitte. Ripperino. Da kommen da tausende Gegner. Oh. Nett. Nett, die Security ist hier. Auch ein paar Monitore. Ja. Ich nehme den da. Und den und den. Haha. Ausgleichen sind die Besten. Eben. Wer sieht. Ich darf es behalten. Mondsteine. Ich bin da zufrieden. Ich weiß. Buss ab. Auf, auf. Auf, auf. 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 Nö. Ähm. Gert, gert, gert. Gert, gert. Gert, gert. Gert die Welt. Schaut kann, auch kein Mensch. Auch kein Mensch. Auch kein Mensch. Das könnte uns brauchen. Gert, gert. Die Welt wird dann auch kein Mensch. Das hier sowieso. Ach, genug Geld. Ich hoffe einmal... ...dass die Mission jetzt gleich zu Ende ist. Denn der Park geht ja schon ziemlich lang. Das sieht irgendwie geil aus. Dieser Laser nervt mich. Wo muss ich denn hin? Muss ich da oben rauf bleiben? Muss ich da rein? Springstar. Moin. Okay. Jetzt kommt nochmal an der Steppenwolf zur Rede. Jaaaa! Dann würde ich sagen, wir skillen jetzt noch eben. Hier, ne? Oh, können wir gar nicht. Alles klar. Was könnten wir denn dann upgraden? Ach, hier. Ne, doch. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir den Part für jetzt. Nehmen wir den an eben. Und dann... Er spielt weiter. Tschüss! ... ... ... ...